Ich hoffe, der Ruf ist jetzt ein bisschen gestiegen. Das heißt ein bisschen, eigentlich wäre es schon ein großer Gefahr. Du hast Glück. Solche Freunde sind selten. Also, wie sieht's aus? Ich bin grad nicht in Stimmung. Lauf schon mal. Ich komm wieder, Kay. Bestimmt! Da war es zu uns. Ah, da war es. Wir haben gerade eine Nachricht von Bib Fortuna erhalten. Er hat einen Auftrag für uns. Und ich wüsste, wie du deine Fertigkeiten verbessern könntest. Crimson Dawn hat einen Auftrag für dich. Ihr Kontakt will dich im Zabak-Spielsaal von Bestin treffen. Danke. Das hör ich mir an. Eine Sache noch. Nach unserer Begegnung mit Jabba möchte er alte Schulden eintreiben. Ich würde mich selbst darum kümmern. Aber er hat deinen Namen erwähnt. Wie? Du schuldest Jabba Geld? Ja. Verrätst du mir, was du getan hast? Später. Ah, lustig. In Yontas Hoffnung wartet eine Kontaktperson auf dich. Und danke. Jabba's Schachzug. Neue Quest. Okay. Könnte nützlich sein. Zeig ich mal. Ich habe hier die Möglichkeit, ne? Da brauchen wir was Spezielles. Das geht nicht. Da brauchen wir auch was Spezielles. Junge. Welche Power? Ja. Das Power Hammer aktivierst. Dann machen wir das einfach. Aufladetempo. Jetzt wird die Zeit. Okay. Auch sehen wir was Neues. Die hier. Die sieht cool aus. Das ist von... Ah, okay. Das ist von die. Oh. Das war schon nicht. Was passiert? Was passiert? Jetzt brauchen wir nur noch den besten Hacker der Galaxis. Es gibt diverse Kandidaten. Starte Projekt Totschlag. J. I. 3. 9. 4. N. D. 5. 7. 7. 7. 7. 7. Multiple Systemversagen. Ich würde sagen, er brauchte einen Mischregulator, aber er ist ein Museumsstück. Kay? Was ist passiert? Ich seh nichts mehr. Ich sag's nicht gern, aber ist der nicht programmiert, dich wegzupusten, wenn wir von Jalens Plan abweichen? Das ist deine Chance. Nein. Noch ne Idee? Okay. Es gibt eine alte Fabrik aus den Klonkriegen. Wir müssen mit Tammen reden. Jetzt, Kay. Oh. Er sah ja schon graponiert aus, ne? Vielleicht müssen wir das neue Quest. Kay? Ruf Jalen zur Rückwinde. Hey Jalen. Kay. Ich frage mich, was genau auf Tatooine passiert ist, dass du diese Jägerin ausgeworfen hast. So gesagt, so getan. Was? Hat N.D. dir nicht all die schlüpfrigen Details verraten? N.D. 5 kannte sie nicht. Deshalb bin ich neugierig. Hm. Sie brauchte meine Hilfe und ich half ihr. Ich glaube, das respektiert sie. Kay Vess schließt Freundschaften an den unwahrscheinlichsten Orten. Ein nützliches Talent in unserem Beruf. Und, hast du schon ein neues Schwergewicht? So wie du dich in letzter Zeit behauptet hast, weiß ich nicht, ob wir überhaupt eins brauchen. Ja, ähm, danke Jalen. Okay, wieder ein Schuss. Uh. Äh. Das ist neu, ne? Nee. Gott. Hey. Was macht der? Geht's noch? Hallo? Beruhig dich mal. Der rastet aus. Kommt die gleich noch hin? Nee. Dem kann man nicht mehr gehen. Ja, was machen wir als nächstes? Das ist ja was, ich werd's wahrscheinlich offline machen, ne? Ähm. Ja, wir haben jetzt hier mehrere Sachen. Jabba's Schachzug. Wo sind wir denn überhaupt gerade? Die Hutten? Oder Qualm sind so? Besser wären die Hutten, ne? Weil Qualm sind so. Ah, Qualm sind so. Könnte man. Ach, guck mal wie. Alter, das ist ja echt null gestiegen, Alter. Das ist ja komplett scheiße. Ich brauch halt die Schätze hier, ne? Wir waren ja schon mal bis hier. Und ist das so gesunken. Auf allem müssen wir auf FIFA auch noch was machen, ne? Ähm. Zeig mal auf Karte. Wo bin ich? Ja, komm erstmal da hin. Reisen. Ja, warte mal. Jabba's Schachzug. Das, glaub ich, so ein Nebenquest, ne? Dabei überlebt. Kay könnte den Seine aus. Nicht in der Crew. Selbst ohne der Mann fürs Grube für Fakay weiter den Plan in Sin Leos Tresorraum reinzubrechen und die Beut ihres Lebens zu kassieren. Jalen, wir sind gestartet. Gut. Unser Schwergewicht zu ersetzen ist eine Sache. Aber dich zu ersetzen? Unmöglich. Ähm. Danke. Das Gute ist, ich hab die Sache mit der Kopfgeldjägerin geklärt. Ähm. Vielleicht. Glaub ich. Hm. Vertrauen ist eine Falle. Also, ich bin einem zweiten Hacker auf der Spur und hör mich nach nem neuen Kämpfer um. Vielleicht brauchen wir keine zwei Hacker. Das schaffe ich allein. Hm. Sogar du kannst nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Lass mich meine Arbeit tun und du machst deine. Ja. Schon gut. Danke. Und der eine war zu reden mit uns. Aber... Ist ja eher so keine Niedkuss, ne? Habt ihr ein Banditen-Problem? Eher ein Flieger-Problem. Hehe. Diese Viecher stehlen alles, was glänzt. Die haben bestimmt schon ordentlich Beute oben auf dem Typhonfelsen. He. Ich hab's leider aber noch nicht hoch geschafft. Aha. Hm. Vielleicht versuche ich es mal. Ha. Viel Glück. Mhm. Was ist der hier? Ich hab Schiffsteile, wenn sie welche brauchen. Hm. 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 Da hat nix. Man sieht sich. Da hab ich nix. Da hab ich nix für. Aber wir haben schon gut aus... Ähm. Was ist der hier? Gut. Okay. Bock auf's Tabak. Nein. Wir gehen ja jetzt hier lang. Wir können das ja noch machen. Kurz Anteaser. Wie. Ein bisschen Aufträge. Was mach ich denn? Geht sich gut. Sehr gut. Scheiße. Ja, sehr. Hey, brauchst du was? Mehr Boga Noga. Dank Pfarrig. Ich halte das nicht mehr aus. Ich habe alles verloren. Bitte. Ich muss mit jemandem reden. Ich muss mit jemandem reden. Ah, du machst gerade viel durch, was? Ja, und wie. Ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. Ich hasse diesen Mond. Peiks, die mir an den Fersen kleben. Sturmtruppen, die mir im Nacken hängen. Und dieser Wind. Hört der denn nie auf? Hätte ich nur weiter auf Corellia gefälschte Bagta-Anzüge verkauft. Ja, ich bin aus Kanto und hatte auch nicht wirklich vor hier zu landen und... Dann hat mich auch noch mein Partner angezeigt. Also musste ich ihn natürlich erschießen. Das ist furchtbar. Hau besser ab. Mein Schiff ist in eine Schlucht gestürzt. Aber danke fürs Zuhören. Okay. War super. Wir haben ja was Gutes getan. Zum Zuhören war ich gut. Naja, wir kommen, wir gehen mal hier. Teaseln das kurz an und dann... Ey, was ist das hier? Okay. Was ist denn? Schön dich zu treffen. Bist du die Ashiga-Kundschafterin? Korrekt. Hat der Clan dich geschickt? Hier ist ein leckeres Nahrungspaket. Und? Hast du auch etwas für mich? Ich habe die Berichte. Sie enthalten alle Beobachtungen auf Toshara. Wie die Regierung funktioniert, Wirtschaft, Fauna, Gelände. Und seine Eignung für eine mögliche Expansion. Und wie fällt das Urteil aus? Kriege ich eine Zusammenfassung oder...? Es ist windig. Ich habe gehört, Jabba sucht nach mir. Zuta! Keifes! Jabba, wie kann ich helfen? Du droi sanuriya krancha debattetajje. Sulti tokita wama. Die 5 ist nicht mein Proide. Die 5 ist nicht mein Proide. Die 5 ist nicht mein Proide. Belastend für wen? Oh, 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 oh. Kulor Burdel. Du willst also Toshara übernehmen? Kulor Burdel. Oh, 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 oh. Das ist also dein Job. Das ist also dein Job. Jabba scherzelt. Hey, Nde, Jabba möchte einen Datenblock, um Gouverneur Torden zu erpressen. Wie ist das denn? Die Hutten wollen also Toshara übernehmen. Genau, das habe ich auch gesagt. Ich habe die Koordinaten. Ich treffe dich dort. Oh, dann bilden wir also ein Team? Wir sind bereits ein Team. Ja, aber diesmal schuldest du mir was. Also, willst du mir sagen, warum du Schulden bei Jabba hast? Das war damals, als Jalen einen Schmugglerring auf Nar Shadar geführt hat. Jalen hatte ein paar gute Jahre und hat dem Attribut an Gracchus den Hutten gezeigt. Gracchus? Sehr mächtig auf Nar Shadar. Alles lief bestens, bis Jabba davon erfahren hat. Ich bin fast da, dann erzähle ich dir mir. Sind wir hier in einem Holodrama oder was? Sag mir einfach, was passiert ist. Oh, schreien wir, wie sie ist. Hey, ich bin da. Ah, es ging. Oh, tschüt. Flott. Aber ich bin nicht der Einzige. Zieht so aus, als wüssten noch mehr Leute von diesem Datenblock. Du solltest dich lieber beeilen. Ich komm schon. Das war zu oft. Das Bähme. Dass dieses Scheißen nicht ausgestritten wird. Verklöse nicht. Wofür ist es überhaupt nicht? Schau. Kann man da hinten gucken. Okay. Was ist denn. Verlassen das Schiff. Warte mal. Ich komme zu hinten hin. Ich komme mal auf hier. Ah, hier ist er gut direkt. Aha. Das war eigentlich so krass. Gut. Spielt mal mit ihm. Aber geht's ihm eigentlich nicht gut? Ich suche nach dem Datenblock. Aber er ist nicht. Sehe, er mit mir ist. Ein Überfall. Aber die Angreifer sind wohl zu Fuß geflohen. Was haben wir hier? Ein demolierter Düsen-Schlitten. Der war wohl das Ziel. Wer auch immer den Datenblock hatte, war damit unterwegs. Ist auch noch was. Polycarbonat. Was war's mit Untersuchung? Eine leere Tasche. Ihr müsst im Kurier gehört haben. Entweder hat er den Datenblock verloren oder versteckt. Hast du das gehört? Wir haben Gesellschaft. Halt dich an mich. Vielleicht kann ich sie beruhigen. Ich gehe automatisch. Hallo, Freunde. Wir sind keine Freunde. Was habt ihr aus dem Wrack geholt? Nichts. Ich habe einen verunglückten Gleiter gesehen und nach Verletzten gesucht. Ach ja? Und du hast keinen Datenblock gefunden? Rück ihn raus und ich schieße dich nicht in Stücke. Das willst du nicht wirklich. Ja. Was willst du? Leck dich mit dem falschen Mann. Die Hände fliehen sollen. Entdeckung nix Ich hatte es unter Kontrolle, Kay Ja, äh, sah für mich anders aus Ich hab längst mit Macht Suchen wir lieber weiter Hier scheint nichts mehr zu sein Der Datenblock ist längst weg Moment, ey, ich glaube nix hat eine Fährte aufgenommen Ja, das hat er Gute Junge Oh, das war schön So, natürlich Du schaffst das nix Was ist los, nix? Hast du was gefunden? Wir sind ohne Deckung Könnte eine Falle sein Pass auf, Kay Halt! Ich leg sie Greif sie von der Flanke Was gemacht? Ich mache das Hier ist es Oh, nein Oh, nein Oh, nein Okay, geht es dir gut? Ah, ja, alles in Ordnung Aber ich glaube nix Werte verliert sich hier Mal sehen, was diese Pikes wissen Ich treff dich da oben Da treff ich da oben Dein Spinner, ey So Was gefunden? Leider nur Schrott Aber es ist ja kein Zufall, dass die Pikes hier sind Ich hecke ihre Com-Links Mal schauen, was sie wissen Team, bitte komm Wir sehen die Fracht, brauchen aber Verstärkung Team, hört mich jemand? Klingt, als wäre das eine Spur Ja Ich habe den Ort des Signals Fang schon mal an Ich störe in der Zwischenzeit die Pikes Sicherungspunkt erreicht Ja, ich würde sagen Wir machen hier einen Cut, oder? Zeit zu verschwinden, nix Ja, wir haben einen Sicherungspunkt Aber wir können speichern Okay, warte Ich halte kurz beenden Ich halte Ich office die Pippen Zum Schluss Auf Ich kann was ist das hier ich weiß nicht mehr nicht hin aber wir haben halt Sachen gewonnen muss ich eh so hintermogeln oder Aua richtig so nix es geht los nicht so weit aber ich bin ausgezeichnet ich sehe mich als ich habe schon mal was aber ich habe mir gesagt dass man nicht mal in der umgebung sein aus der scheiße ich bin doch beim preis gibt es auch noch was wo man noch eine tru bekommen könnte okay kann man vielleicht verraten aber sieht nach crimson dorn aus und die pikes sind gleich bei ihnen alles klar ich versuche irgendwie an um ihn ranzukommen Ich bringe die Bandbrecher nach mir, Ugana Wir müssen uns weiter mit unseren Freunden Ja, ich hab ihn in die Hand Ich hab ihn erst Das ist nicht sein Der Mann Wann er? Ich hab ihn erst Ich hab ihn erst Flach Aber ich hab ihn erst ich habe den datenblock dann kommt zurück zum bahnbrecher der funk dreht völlig durch wir müssen von hier verschwinden bist du bereit ja warst du noch nicht ich bin da weg hier okay wir haben es nach der quest kommt auch direkt feier machen da müsste ich eigentlich fantastisch geschafft das ist eine routine inspektion wenn wir jetzt fliegen sind wir ein leichtes ziel wir sollten den richtigen moment abwarten klar sprechen lassen wasser wasser an alle schiffe ziehen sie sich zurück sie haben bis auf weiteres keine berechtigung in diesem sektor tätig zu sein wir wollen keine ärger wir holen uns nur was uns gehört füllen wir weg Goran hat bereits dafür bezahlt ja weg die Bode los Merkel was jetzt sieht aus als wären wir in sicherheit nicht ganz komm mal aus dem Torchalbereich komm mal aus dem Torchalbereich was ist heute von mir hallo bis wo soll ich flüchten bis nach äh Kanada oder äh keine ahnung Ja hebe die koordinaten für den hyperantrieb ein Hau drauf! Dann bring dir das Ding lieber schnell zu Jabba. Warte, wo war das? Ich fahre den Hyperantrieb hoch. Geil. Zeit zum Sprung. Jetzt rücklauch. Macht dir Sinn. Erzählst du mir, woher du Jabba den kompetenzen hast? Genau da war man ja auch. Kennen ist nicht das richtige Wort. Seit der Rat der Hutten vernichtet wurde, ist Jabba der mächtigste Hutte in der Galaxis. Will man im Hutten-Territorium irgendetwas erledigt haben, muss man ihm Tribut zahlen. Tribut? Also Kredit? Und andere Dinge, seltene Wesen und Nahrungsmittel, was immer ihn interessiert. Was hast du ihm gegeben? Ich erschoss zwei seiner Wachen, als er Jalen drohte. Er bewunderte dieses Zeichen von Stärke. Das hat ihm gereicht. Wow. Okay. Auf dem Datenblog gibt es eine Menge Material über Torden. Er hat imperiale Geheimnisse verkauft. Der Kerl räumt Millionen ab. Das erklärt, warum Jabba ihn will. Torden würde sonst des Verrats angeklagt. Es gibt auch einen Haufen imperialer Baupläne. Davon hat Jabba nichts erwähnt. Denk nicht mal dran. Pass. Wir werden nicht dafür bezahlt. Lass uns behalten. Dann sind wir auch wieder da. Ich würde mich gerne ausklicken. Ich gehe jetzt essen. Ich muss ein paar Sachen erreden. Ja, dann war es das erstmal. Ja. 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 Vielleicht wäre es nächste Woche bin ich mehr dabei. Ich hatte jetzt in letzter Zeit Zeit kill. Angefangen. Und ja. Habe ich da eingesuchtet. Weil ich muss sowieso vorgedrehen. Wie sieht das Spiel. Weil das so aktuell ist. Punktlandung. Es kommt. Ja. Gut. Dann seinежfanderим.